Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Widow Challenge. Das letzte Mal war es ja relativ turbulent. Wir haben Jack geheiratet und sind Jack dann auch direkt losgeworden. Und unsere Carlina sitzt jetzt hier am Laptop und ist schon auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer. Sie ist bei der Simda Dating App am Rumscrollen und hat auch schon einen netten Typen gefunden, mit dem sie schreiben kann. Denn Carlina hat gut gelegt. Sie weiß, okay, sie kommt gut an bei den Männern. Sie kann richtig gut Geld abkassieren. Und das wird so eine kleine Sucht bei ihr. Das löst Endorphine aus, Glücksgefühle und sie möchte mehr. Deswegen ist sie da gerade sehr ambitioniert, auch ohne Camille. Wobei Camille sich auch schon gemeldet hat und gesagt hat, Carlina, du hast ja jetzt geheiratet, du hast wieder Kohle gekriegt. Hier, ich kriege mindestens die Hälfte, weil ich habe das ja alles organisiert. Und Carlina findet das langsam ein bisschen doof, weil sie macht die ganze Arbeit. Warum soll sie ihm Geld abgeben? Klar, war es vielleicht auch erst seine Idee, aber die ganze Arbeit hat sie, verdammt nochmal. Und deswegen findet sie das gerade eigentlich nicht so cool, dass Camille sagt hier, guck mal her, ich bekomme noch was von dir. Und zwar einen Batzen Geld. Ich habe da so ein bisschen was vorbereitet. Hi, Nika. Ja, mein Mann ist gestorben. Ja, es tut mir auch schrecklich leid. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, denn wir haben ein bisschen Geld dazu bekommen. 15.000 habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass wir 15.000 gerne dazu packen können, weil es war ja so ein bisschen fail, weil wir keine Ahnung hatten, wie hoch jetzt Stecks Budget war. Aber ich glaube, mehr als der Starter Budget hatte er sowieso nicht. Und was mir noch eingefallen ist, eigentlich hätten wir uns ja von ihm mit unserer Affäre erwischen lassen müssen. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich sollte einfach nachts nicht aufnehmen. Aber egal, wir ignorieren diese Tatsache. Das ist mir dann beim Hochladen aufgefallen. Ich dachte so, das ist eigentlich gegen die Regeln. Aber egal, wir spielen hier sowieso keine klassische Black Widow. Von daher, YOLO. So, ich habe mich auch schon hier um alle Sims gekümmert. Ayana und Nakoa sind schon in der Schule. Nayla hat sich gerade um die Hühner gekümmert. Nayla geht jetzt um die Küche. Und Samu war gerade bei Alfonso, hat sich um Alfonso gekümmert und um die Pflanzen. Hast du die hier auch alles verk... Nee, du solltest hier doch alles verkaufen. Achso, machst du jetzt. Okay, der ist doch gar nicht fertig mit der Liste, die ich ihm gegeben habe. Schön. Kann man auch mal so machen. Warum haben wir 1.700 gerade bekommen? Ach ja, wegen den Pflanzen. Oh mein Gott. Geil. Kohle, Kohle, Kohle. Sehr schön. Aber, oh, perfektes Timing. Ja, wir rufen den Reparaturservice, weil wir werden uns da nicht selber drum kümmern. Auf gar keinen Fall. Wir werden unten schnell Tischern gehen. Ach Gott, was ist denn hier los? Ach ja. Oh mein Gott. Der Schwangerschaftstest. Den habe ich voll vergessen. Dann kommen wir hier hin. Dann werden wir mal eben einen Schwangerschaftstest machen. Weil die Frage stand ja auch noch offen. Sind wir von Jack jetzt schwanger oder nicht? Ich finde beides tatsächlich cool, ehrlich gesagt. Kleines blondes Riley-Kind wäre auch süß. Wäre auch süß. Ja, schon. Aber ich werde es erst Bibi machen lassen und dann den Schwangerschaftstest. Weil beim Schwangerschaftstest verlieren die ja leider hier kein Blase. Was überhaupt keinen Sinn macht. Wie schön das plätschert. Kalina, sei bitte nicht schwanger. Sei bitte nicht schwanger. Sei bitte nicht schwanger. Und wenn doch, dann bitte nur eins. Hat sie fruchtbar? Ich glaube nicht, oder? Ne, sie hat kein fruchtbar. Gott sei Dank. Oh mein Gott, sie wird ja auch schon bald zur Erwachsenen. Oh ja, sie ist nicht schwanger. Schön, schön. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen erleichtert. Aber mir fehlen tatsächlich Riley-Babys. Die Jüngsten, die wir in der Familie haben, sind Ayanna und Nakoa. Und die sind schon Preteens. Also so ein bisschen fehlt mir das tatsächlich. Wir machen sowieso mit Nakoa weiter. Also eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt noch ein Baby bekommen. Aber was Kleines. Was Kleines. Okay, wir müssen uns jetzt mit Camille treffen, denn da hat sie schon gemeldet. Und du kannst dir mal eben die, wenn wir da oben essen, aussortieren. Und dich umziehen. Meine liebe Freundin, du. Hier. Immer so ein schönes kleines Insel-Outfit. Du bist ja schließlich auf Solani unterwegs und nicht mehr in der großen Stadt. So, dann sehen wir uns gleich bei Camille, würde ich sagen. So, da sind wir. Und Camille wartet natürlich schon sehnsüchtig. Und Kalina ist so ein bisschen, sie möchte eigentlich gar nicht. Geschenk geben, Simoleons, 10.000. Vor allem 10.000, das ist zwei Drittel von dem, was sie eigentlich durch Jack verdient hat. Und eigentlich gefällt ihr das gar nicht. Hier, Camille, dein Anteil. Aber sie würde ihm dann noch sagen, ich finde das irgendwie unsinnig, dass du so viel Geld bekommst. Ich meine, was hast du schon getan? Du hattest die Idee möglicherweise. Aber warum bekommst du jetzt zwei Drittel von meinem Geld? Oh mein Gott, das hat Romantik voll Minus gegeben. Und ich sehe das nicht ein. Ich würde sagen, wir beenden unsere Partnerschaft. Und er würde halt sagen, ohne mich bist du gar nichts. Ohne mich wärst du gar nicht fähig gewesen, auf diese Idee zu kommen, so viel Geld zu machen. Du hast mir alles zu verdanken. Und sieh, ich bin aber kein kleines Mädchen mehr. Ich bin kein Teenager mehr, der irgendwelche komischen Ratschläge braucht. Ich komme sehr gut alleine zurück. Ich meine, ich bin dir dankbar für deine Idee, die du hattest. Aber das ist auch alles. Du hast genug Geld bekommen. Du hast genug Auszahlung bekommen für deine Idee mit dieser Sache, mit diesem Plan. Du hast schon davon profitiert. Und jetzt ist einfach genug. Jetzt ist einfach Schluss. Und ich möchte nicht, dass du noch irgendwie irgendwas damit zu tun hast. Wenn du mich jetzt rausschmeißt, hier aus dieser ganzen Veranstaltung, dann sage ich dir, ich verpetze dich. Ich werde dich an der Polizei verraten und dann landest du im Gefängnis. Dann landest du einfach im Knast und du verlierst alles. Ich garantiere dir, du verlierst alles, was du hast. Du verlierst deine Familie, du verlierst dein Zuhause, du verlierst all dein Geld. Und du landest im Knast. Und das macht Kalina schon ein bisschen Sorge. Schon so ein kleines wenig. Und sie denkt so, okay, bin ich vielleicht doch zu voreilig? Was soll ich machen? Das macht mir doch ein klein wenig Besorgnis. Ist die Frage, was macht ihr dann? Oh Gott, so viel Drama. Was habt ihr vor? Entschuldigen im Bett. Oh mein Gott. Schön, dass du dich jetzt im Bett entschuldigen willst. Ob sie ihn jetzt versucht zu besänftigen? Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Oh mein Gott, wie krass das runtergegangen ist. Wie krass das einfach runtergegangen ist. Oh mein Gott. Wir müssten auch eigentlich mal wieder was hier mitmachen. Hier was erkunden. Naturwunder entdecken. Höhlen, die was soll ich queren? Oh mein Gott. Wir haben das auch fast voll. Wir arbeiten schon so lange an diesem Gemälde. Okay, alles klar. Wie lange die auch einfach streiten. Oh mein Gott. Aber für Kalina steht jetzt auf jeden Fall fest, bevor er mich verrät, schalte ich ihn aus. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Weil ich dachte, eventuell an hungern lassen. Irgendwie im Keller im Verlies unten einsperren und verhungern lassen. Aber ich glaube, das dauert relativ lange. Und immer wenn man reist, dann setzt sich dieser Hunger wieder zurück. Also es wird dann halt wieder voll und dann wieder von vorne. Aber ich würde ihn schon gerne da im Keller bei unseren Urnen von unseren verstorbenen Ehegatten so ein bisschen versauern lassen wollen. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, sie ist sehr wütend mit Camille plaudern. Ja, jetzt ist einfach nur noch plaudern. Aber das mit dem Besänftigen fände ich eigentlich nicht verkehrt. Oh Gott, Kalina. Dass sie erst versucht, so ein bisschen einzulenken. Ja, du hast recht. Mach das nicht. Verrat mich bitte nicht. Ich kann mich auch bei dir entschuldigen. Wenn du... Also dann können wir das vielleicht dann einfach wieder vergessen. Ich weiß nicht. Das Geld hat mich irgendwie ein wenig übermütig gemacht. Und dann werden die sich hier im Bett entschuldigen. Hallo. Ich komme irgendwie da oben nicht durch. Äh, Camille? Camille muss sich gerade beruhigen. Aber Kalina ist wieder glücklich. Kalina ist einfach wieder glücklich. Fand ich nicht schlecht. Okay, dann, ähm, oh, unter dem Wasserfall. Einfach mal ein ganz normales Text für Mächte. Das fände ich schön. Und die beiden sind von der Schule zurück. Kann ich euch sagen, ihr sollt ihr Hausaufgaben machen? Oh mein Gott, das juckt. Oh, ich hab so viele Haare. Nee, aber Fähigkeiten aufbauen. Ja, Charisma. Dann baue Charisma auf und du baust Malerei aus. Okay, alles klar. Dann, ähm, manage ich die so einfach so ein bisschen. Oh, ich würde ihn so gerne irgendwie verhungern lassen. Aber ich glaube, das ist schwierig. Oh, 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 oh. Oh, das, das kam nicht gut an. Wir müssen ihn irgendwie, ich kann mir halt auch gut vorstellen, ich meine, das ist ein Zipzig umsetzbar, aber dass sie ihn jetzt versucht, ins Bett zu locken, so um so ein bisschen, ähm, sie ist doch gerade so wütend, um, äh, Worte, um ihn zu beschwichtigen und um ihn in Sicherheit zu wiegen. Und dann, wenn er sich so entspannt hat und sie fertig sind, nimmt sie halt so ein Kissen und, pff, ihr wisst, was ich meine, dieses, beziehungsweise Krimis. Immer wenn es um Geld und Leidenschaft geht, ist das irgendwie eine der Todesarten der ersten Wahl. Ja, ich weiß, du bist jetzt gerade sauer. Kannst du dich vielleicht ein bisschen zu beruhigen versuchen? Ich meine, ich würde ihn auch so gerne irgendwie durch eine Emotion abmucksen, aber das ist auch ein bisschen schwieriger. Wir könnten auch sagen, wir mucksen ihn ein wenig ab durch Haie. Auch wenn ich das irgendwie provozieren könnte, das wäre großartig. Das wäre einfach großartig. Und wenn Kalina ihn abmuckst, ich rede gerade zu viel darüber, ist super leid. Wenn Kalina ihn abmuckst, dann würde sie sich natürlich auch die ganze Kohle wieder zurückholen, die sie ihm gegeben hat. Selbstverständlich. Oh, Kai, nein, Kai geht nicht. Du bist der Kumpel von meinem Cousin, nicht von mir. Ah, warum bist du jetzt traurig? Sims auf dem Rückzug. Ach, Kalina, Mäuschen, das passt gerade gar nicht ins Storytelling, okay? So, dann ab ins Wasser. Sie passen auch schon echt gut zusammen, ne? Weil er hat ja auch nymphische Wurzeln, genauso wie Kalina. Oh, das ist so hübsch. Oh mein Gott, es ist so wunderschön. So, nee, das ist nicht Camille. Camille, da bist du. Warte, ich will mit dir quatschen. Um das Eis zu brechen, spritzen wir ihn erstmal so ein bisschen an und machen ihn dann nochmal ein Kompliment, weil wir wollen uns ja doch ein bisschen beim Einschleim und wir könnten dann nochmal versuchen, ein bisschen zu flirten. Vielleicht klappt das ja doch nochmal, dass wir uns ein wenig annähern, denn wir müssen ihn ja in Sicherheit wiegen. Oh mein Gott, dieses Licht. Oh, dieses Licht, es ist so schön. Ich flipp aus, ich flipp aus. Ich liebe es. Weibliche Nymphen, männliche Nymphen. Wobei sie ist ja auch noch zum Teil mehr im Frau, von daher glitzert sie ja auch noch so ein bisschen, was Camille nicht tut. Teichel-Mechel-Kritiken, äh, Techniken kritisieren. Ja, klar, warum nicht? Nein, 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 nein. Du wirst ihn nicht beleidigen, du wirst ihn nicht beleidigen. Du sollst ihn nicht beleidigen. Hör auf damit, hör auf damit. Oh, ob das jetzt funktioniert? Oh mein Gott, das ist so schön. Es ist so schön. Es ist so schön. Hallo, Hubby. Oh, danke schön. Ich hab ein Orangensaft bekommen und ein Labello. Und ich liebe Labello. Oh mein Gott, die gehen jetzt wirklich? Die gehen jetzt einfach wirklich? Oh, jetzt fehlt noch Popcorn, Leute. Es fehlt jetzt einfach nur noch Popcorn. Nee, jetzt wollen sie ja fragen, ne? Hör auf so rumzulatschen. Du bist doch kein Teenager mehr. Oh, es klappt. Es klappt. Oh, frischer Orangensaft. Jetzt bin ich wach. Sieht doch so ein bisschen so aus, als würden die in die Höhle gehen wollen. Das wäre auch voll cool, wenn man in der Höhletächtchen mächtigen könnte. Ab geht die Post. Okay, vielleicht leg ich es auch gerade ein bisschen darauf an, dass sie vielleicht doch noch mal schwanger wird. Aber egal. Eigentlich sollte sie ja nicht. Aber Baby von Kami wäre halt auch irgendwie cool. Ich finde das hier auch so schön. Ich meine, Leute, guckt euch das an. Hier geht gerade die Post ab und hier geht die Wellness ab, Leute. Hier geht einfach die Wellness ab. Es ist so schön. Oh mein Gott, das wird ja schon voll dunkel. Warum ist das schon so dunkel? Oh, unser altes Zuhause. Oh Gott, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, Leute. Das waren einfach noch Zeiten. Aber wie mucksen wir ihn jetzt ab? Hier sind Selphine. Oh, ich würde ihn so gerne an die Haie verfüttern. Ich würde ihn so gerne an die Haie verfüttern. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie wir ihn loswerden können. Denn Carlina möchte ihr Geld wieder zurückhaben. Und mehr. Carlina möchte immer mehr mit Kami plaudern. Wow. Sie mag ihn nicht, aber sie flirtet mit ihm so. Denkt immer so, eigentlich mag ich ihn nicht mehr. Eigentlich ist er für mich unten durch. Wer hat mich bedroht und er würde mich verpfeifen. Aber wir werden uns trotzdem noch mal so ein bisschen einschleimen, damit wir noch ein bisschen Zeit haben, damit er uns eben nicht verrät. Und wir haben ihm ja Geld gegeben. Wir können ihm auch noch mal Geld geben. Ein romantisches Geschenk. Die Romantik. Ein romantisches Geschenk geben. Oh. Wir schenken dir Kondome. Eine rätselhafte Kiste. Wir schenken ihm eine rätselhafte Kiste und sagen, hier, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Ich kann es kaum erwarten. Ich habe auch schon den nächsten Mann an der Streppe. Und da kommt bestimmt demnächst noch mal eine große Summe an Geld. Und... Oh. Okay, wir sagen, er hat die Entschuldigung angenommen, würde ich sagen, oder? Also es geht auf jeden Fall schon wieder besser, obwohl es immer noch ein unangenehmes Gespräch ist. Du bist mein Herz, meine Seele, mein Schatz, mein Heute, mein Morgen, mein für immer, mein Alles. Oh mein Gott, mit Worten kann er. Mit Worten kann er richtig gut. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall um den Finger gewickelt. Kennen wir ihn heute noch los? Aber wie? Ich weiß auch nicht, wie viel Kohle er hat. Aber er hat auf jeden Fall einiges an Kohle. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich werde ihn fragen. Geht das? Geht das? Nein, das geht nicht. Okay, ich werde kurz gucken, wie viel er in der Haushaltskasse hat. Was machst du jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Aber ich habe gerade geguckt und Camille hat knapp 32.000 Simoleon in der Haushaltskasse. Ohne seinen Grundstückswert. Ein Froschi! Oh, das sah voll süß aus. Ich weiß nicht, wie ich ihn loswerde. Ich will mit ihm schwimmen und ihn dann ertränken. Meint ihr, das geht? Meint ihr, das geht? Ich hätte eine Gruppe mit ihm gründen. Ich kann ihn ja nicht ertränken. Aber wir können ja so tun, als hätte sie ihn unter Wasser abgezogen und wie so ein Vampir. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so ein bisschen gebissen und dann vielleicht die Haie angelockt. Wir werden ihn zur Runde hinzufügen. Und wir werden aufs offene Meer hinausschwimmen. Zusammen hier hinschwimmen. Ich bin so gespannt. Mal gucken, ob das funktioniert. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde es ein bisschen inszenieren. Aber das wird bestimmt cool. Das wird bestimmt cool. Ich meine, es sind Nymphen. Nymphen sind so ein bisschen biestig. Oh mein Gott, das macht mir gerade viel zu viel Spaß. Das macht mir mehr Spaß, als es sollte. Da kommt er. Warte, wer ist das? Wer ist das? Das ist Makani. Makani, du kriegst gar nichts mit. Du kriegst gar nichts mit. So, können wir dich unter Wasser ziehen? Meerjungfrau? Meeresbedrohung heraufschwimmen. Ja, ja, bitte. Ich würde so gerne ein Hai anbocken. Es ist saucool. Und? 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 Wer hat gefressen? Los, wer hat gefressen? Wer hat gefressen? Hallo? Meeresbedrohung? Wir sind die Meeresbedrohung. Verdammt. Verdammt, verdammt. Kami. Bleib hier. Bleib hier. Bleib hier. Vielleicht hat das ja für... Oh mein Gott, das sieht auch creepy aus. ...für Meeresgesang gehalten. Dass sie versucht hat, ihn zu betören. Aber ich glaube, so geil fand das auch nicht. Komm schon. Komm schon. Hallo? Warum stimmt er jetzt so komisch? Hallo, Kami. Wir müssen gucken, dass wir ihn loswerden. Wir müssen einfach gucken, dass wir ihn loswerden, Leute. Aber ist vielleicht gut, dass wir das gerade nicht geschafft haben. Weil immerhin ist Makani, unser Onkel, ja da hinten am Schwimmen. Das wäre schon ungünstig gewesen. Könnten wir das nicht mit dem Kugelfisch-Nigiri machen? Komm, komm, wir gehen zu ihm nach Hause. Hier. Oh, oh. Oh, er wohnt hier doch irgendwo. War das nicht hier? Ja. Komm, wir gehen zusammen hier hin. Zusammen hier hingehen. Und er hat keine Küche. Ach, weil ich das mal als Nachtclub gemacht habe. Oh mein Gott. Okay, das muss sich kurz ändern. Er braucht eine Küche. Okay, er hat ein sehr kleines, äh, sehr, äh, eine sehr kleine Küche bekommen. Egal. Wir kochen ihm was. Wir kochen ihm natürlich was. Was so, so leckeres. Was so leckeres. Und zwar Kugelfisch-Nigiri. Wir haben nämlich gerade einen Kugelfisch draußen gefangen. Und den wird sie ihm jetzt als Dankesmahlzeit zubereiten zu Hause. Oh, hoffentlich klappt das. Oh, hoffentlich klappt das. Kalina möchte Money, 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 Money. Einfach den ganzen Tag hier verbracht. Ah, mein Mann juckt. Und er pennt. Warum pennst du jetzt? Warst du anstrengend mit mir? Hältst du nichts mehr durch? Warst du anstrengend? Ich weck dich, wenn das Essen fertig ist. Schatz. Ich werde dir jetzt etwas Köstliches zubereiten. Oh, schau. Das Essen ist fertig. Zum Essen rufen. Camille. Das Essen ist fertig. Und sie möchte freundlich zu Camille sein. Oh ja, du bist sehr freundlich zu Camille. Du bist so freundlich. Oh Gott, ich hoffe, sie stirbt jetzt nicht dadurch. Nimm mal lieber kein Gericht. Sie tut so, als würde sie es essen. Oh, Camille, ich gehe noch kurz ins Bad. Ja, ich will mich eben kurz abduschen und gehe kurz zur Toilette. Und dann komme ich gleich nach. Fang du doch schon mal an. Fang du doch schon mal an. Wäre Kalina eine Serienmörderin, wäre das Kugelfisch Negiri ihr Markenzeichen. Is. Weiter. Is. Du bist auch so ein kleiner Weirdo, ne? Is. Is. Is weiter. Es ist so lecker. Ist es so lecker. Es ist sehr lecker. Es ist sehr lecker. Is. Und. Oh mein Gott. Seht ihr, an wen sie denkt? Oh Gott. Er stirbt nicht. Er überlebt das. Das ist doch eine schlechte Qualität. Du wirst nochmal zum Essen rufen. Und zwar wieder Camille. Er überlebt es. Er hat die erste Portion überlebt. Damit ist er schon mal besser im Verdauen als Mirko. Aber er wäscht ab. Ist schon wieder irgendwie nett. Zum Essen rufen. Camille. Lass es dir schmecken. Lass es dir schmecken. Ich hab's nur für dich gekocht. Ich hab ja schon zu Hause gegessen. Und ich möchte ja auch ein bisschen auf meine Figur achten. Deswegen darfst du gerne alles davon essen. Ist das lieber nicht. Und? Er ist mit Liebe gekocht. Stell dich nicht so an, Mann. Das ist lecker. Schleck die Qualität. Aber egal. Du darfst. Du darfst. Nein. Du darfst tanzen. Geht nicht? Hier ist doch Musik, oder nicht? Nein. Ist das nicht. Warum überlebt Camille das? Warum? Er kann doch nicht so resistent sein. Er kann doch nicht so resistent sein. Nein. Ist das nicht. Ist das nicht. Ist das bitte einfach nicht. Nein. 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 Warum überlebt der das? Warum überlebt der das? Hier. Du hast bestimmt noch mehr Hunger, oder? Du hast so dolle Hunger. Oder bist so müde. Du darfst gleich schlafen gehen. Aber erst musst du was im Bauch haben. Wir sind jetzt ja eine Weile schwimmen gewesen. Stell dir nicht so an. Das schmeckt gut. Nein. Ist das. Ist das nicht. Ist das nicht. Ist das nicht. Bei meinem Glück würde Kalina nämlich sterben. Ist das nicht. Kalina. Pax. Ein bisschen ist runtergefallen. Gott sei Dank. Ist es nicht. Ist es nicht. Pax weg. Stell es ab. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Das ist schlecht. Können wir ihn hier zum Essen rufen nehmen? Leute, was machen wir? Was machen wir? Wir brauchen eine gute Idee, wie wir ihn loswerden. Ohne, dass ich ihn dafür steuern muss. Was können wir denn noch machen? Was können wir denn noch machen? Bleibt, glaube ich, auch noch ein Schwangerschaftstest über. Wir werden ihn jetzt nochmal ins Bett bringen. Wir werden ihm die Hände küssen. Damit wir ihn wirklich so richtig schön beschwichtigen können. Und dann werden wir ihm gute Nacht sagen. Und ihm sagen, dass wir ja ein Täsch der Mächte machen. Und bevor er aufwacht, sind wir auf jeden Fall verschwunden. Danke, das hat ja gut geklappt. Nagende Verbitterung. Kalina hat auf echt keinen Bock mehr auf ihn. Ei, ei, ei. Er ist einfach nicht gestorben, Leute. Er ist nicht gestorben. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ich brauche dringend euren Input. Ich brauche eine Idee. Wie werden wir ihn los? So. Und dann werden wir nach Hause gehen. Weil wir müssen uns einen Plan überlegen. Und da sind wir wieder in den Morgenstunden. Ihr müsst doch gleich wieder zur Schule, ne? Oh, ich liebe euch so. Ah, Jana. Also bitte. Jana. Na, Koa. Nettes Gespräch, ihr beiden. Ja, nettes Gespräch. Was ist hier eigentlich? Intensives Kribbeln von Verzehr von Kugelfisch. Kugelfisch-Negiri überlebt. Äh, ja. Ähm, nein. Ähm, äh. Okay. Meckert, haben wir jetzt die Zwillinge an, weil die jetzt hier schon rumstehen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Oh Gott, wie lange nehme ich auf? Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Alles klar. Machen wir das dann jetzt noch oder machen wir das in der nächsten Folge? Ne, komm, ich habe mich in der letzten Folge schon so auf die Folter gespannt, oder? Komm, dann machen wir das jetzt. Er hat einfach drei Portionen Kugelfisch-Negiri überlebt. Ich komme da gerade nicht drauf klar irgendwie. Ich komme da gerade nicht drauf klar. Ich dachte, der Reparateur war hier. Hat der... Oh mein Gott, ich sollte mich nicht freuen. Ich sollte mich nicht so freuen, aber ich freue mich jetzt irgendwie doch. Oh, Kalina bekommt noch ein Baby. Okay, ich sollte mich nicht freuen. Ich sollte mich ganz und gar nicht freuen. Das passt nämlich hier nicht in meine Roadmap, die ich jetzt für die restliche Challenge vorhabe, aber... Oh, ein Baby! Mit dieser Nachricht werde ich den Part jetzt beenden. Sie sieht überhaupt nicht begeistert aus. Oh, sie sieht ganz und gar nicht begeistert aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich freue mich irgendwie. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir unbedingt eure Idee in die Kommentare, wie wir uns von Camille verabschieden können. Weil irgendwie klappt das nicht so, wie ich das heute wollte. Ganz und gar nicht, denn Kalina ist zu schwacker. Ich flipp dezent aus. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt. Und bis dahin. Bye! Bye!